willkommen zu diesem neuen video bei meet and great wir machen heute nicht eine nicht zwei sondern gleich drei sehr beliebte mcdonald's soßen nach das bedeutet ich habe mir drei rezepte rausgesucht die wir heute prüfen werden das heißt ich werde euch am ende sagen halten die rezepte was sie versprechen ich werde euch diese rezepte dann in schriftlicher form auf unserer webseite zur verfügung stellen und damit wir das ganze hier auch möglichst genau bewerten können haben wir einmal die burger selbst von mcdonald's da dann haben wir die burger ohne soßen da dann haben wir die soßen original von mcdonald's da machen dann unsere rezepte nach werden die soßen einmal im direkten vergleich verköstigen dann die soßen auf die burger packen und dort auch noch mal im direkten vergleich auf dem burger miteinander vergleichen und am ende das fazit ziehen ob diese soßen nachgemacht genauso gut sind wie bei mcdonald's oder vielleicht sogar besser sind oder vielleicht doch ganz wieder rausfallen weil sie überhaupt nicht dem entsprechen was sie versprechen und deswegen los geht's die soßen um die es heute geht sind einmal vom mcgrip die mcgrip soße dann haben wir hier ein big mac und die big mac soße und wir haben hier ein chicken burger und dazu die sweet chili soße die gibt es auch genauso gut für chicken nuggets die sweet chili soße kann man so regulär im ladengeschäft bei mcdonald's kaufen die anderen beiden soßen eigentlich nicht wir waren aber jetzt gerade bei mcdonald's und haben da ganz lieb mal nachgefragt und für unser video projekt für die grill community haben die tatsächlich gesagt ja wir machen hier eine ausnahme für eure video produktion und mich erstaunt es immer wieder besonders in solchen situationen was wir für möglichkeiten haben mit diesem projekt deswegen ein großes dankeschön an alle die bereits abonniert haben und an die die es nach diesem video jetzt auch tun werden also abo nicht vergessen unsere vergleichsobjekte haben wir also was wir jetzt noch brauchen sind unsere selbst gemischten soßen dazu schauen wir uns einmal diese tik tok videos auf youtube shorts an weil tik tok habe ich immer noch nicht dann machen wir die soßen einmal nach für jede soße schritt für schritt erst video gucken dann soße nachmachen und am ende werden wir dann alles miteinander vergleichen starten wir mit der mcgrip soße du hättest gerne unbegrenzten zugriff auf die mcrip soße komm her ich zeig dir wie das geht alle anderen soßen rezepte ripp 200 gramm ketchup 30 milliliter durchsichtige fanta es ist natürlich wasser fahrt da nicht so lustig ne man sieht wohin das geht lustige wortspiele knoblauchpulver fünf gramm zucker fünf gramm paprikapulver aber so süß die mengen sind immerhin benannt und man versteht was er dort meint mit seinen wortspielen 1 esslöffel wortasauce 3 esslöffel liquid smoke 1 esslöffel msg aka maggie sein großvater 1 teelöffel zucker luker zucker kulär spektakulär zucker kulär was für ein wort alter und pissnäcke verrühren und einmal aufkochen lassen ok er bringt einen zum schmunzeln sag mal hallo 20 minuten ziehen lassen müssen wir also gleich aufpassen die fertige soße füllt ihr am besten in eine squeeze flasche ab ohne das teil hier tricht er das nicht hin ziemlich reste freunde tada jetzt abspeichern und nie nachmachen er behauptet natürlich jetzt dass das sehr gut schmecken würde das haben wir aber auch schon bei ganz vielen anderen tiktokern gesehen und das war am ende gar nicht so deswegen mal schauen was das jetzt gibt so machen wir weiter mit unserer big mac soße kennst du das wenn auf deinem big mac viel zu wenig soße ist fände ich viel zu viel soße 120 gramm mayonaise 40 gramm ketz ab 40 gramm gen auch hier wieder genaue mengenangaben und man versteht was er meint für süße gewürfelte zwiebel das ging zwei esslöffel gewürfelte gewürzgorka zwei esslöffel essig ohne essig esse ich nicht ein teelöffel zwiebelpulver ein teelöffel salz und ein bisschen pfeffer gepresster knoblauch das ganze ordentlich verführen fertig es geht so langsam in die cringe richtung auch das wieder angeblich sehr lecker mal schauen er sagt jetzt nichts dazu aber er tut eben so als würde es ihm gut schmecken und das glaube ich auch anhand der zutaten sowas ähnliches habe ich schon mal gemacht das wird auf jeden fall schmecken aber ob das wirklich so schmeckt wie die original soße das schauen wir gleich bis zum nächsten Mal jetzt haben wir noch eine soße und zwar die sweet chili soße auch dazu schauen wir uns sein rezept mal an eine mark und 80 süße und saftig irgendwer meinte neulich ein bisschen mehr ernst in meinen videos täterätetä ganz gut die scherzgrenze wäre erreicht das sehe ich aber Thomas anders wir brauchen zwei marmeläden an und für sich aprikose wie gesagt ein bisschen cringe ich finde ihn schon amüsant zwei esslöffel maisirup ja ok wenn es schnell geht macht nichts ne dicker 10ml weißer essig nicht ein halber teelöffel voja wofe halber teelöffel senf halber teelöffel salz eine prise graduierten knoblauch glückwunsch ein esslöffel chillerflocken der der beim pürieren starb dieses rezept ist richtig geil zum niemals nachmachen ok also auch das ein geiles rezept mal schauen ob es wirklich so geil ist kommen wir jetzt endlich zum hoffentlich schönsten teil des videos und ihr merkt es ist in der zeit dunkel geworden das hat eine ganze zeit gedauert diese soßen hier zuzubereiten aber nein wir drehen nicht nachts sondern wir leuchten jetzt hier letztendlich die kulisse aus und dadurch wirkt der hintergrund für euch noch dunkler als er das eigentlich ist wir haben jetzt erst so circa 19 uhr aber zu der jahreszeit wird es entsprechend früh dunkel und kalt ich weiß nicht ob man es sehen kann aber ich sehe zumindest jetzt schon meinen atem und das im oktober schlimm genug so wir werden jetzt einmal die soßen direkt miteinander vergleichen dann werden wir die burger einmal in der mitte teilen einmal mit der selbstgemachten soße einmal mit der soße von mcdonald's das ganze probieren mit wir meine ich jetzt den jonas hinter der kamera und mich ich werde ihn nicht beeinflussen er will aber nicht vor die kamera das heißt ihr werdet sehen wie ich es probiere er wird mir ein feedback geben ob es genauso sieht wie ich und dann wisst ihr bescheid ob es sich lohnt diese soße nachzumachen ob sie wirklich so schmeckt wie von mcdonald's ob sie vielleicht anders schmeckt trotzdem ihre berechtigung hat oder wirklich komplett unten durch ist also die mc rib soße hat mal so gar nicht getroffen die schmeckt wirklich nicht wie das original aber das ist eine geile barbecue soße also an sich würde ich euch das als rezept für eine barbecue soße absolut empfehlen als mc rib soße hat die nichts verloren so sollte die nicht heißen aber es ist eine wirklich leckere richtig fruchtige barbecue soße viel fruchtiger als das original rauchig so rauchig wie ihr es eben macht mit liquid smoke aber auf jeden fall deutlich fruchtiger und echt lecker nur hat mit dem original fast gar nichts zu tun bis auf die farbe konsistenz könnte so sein wie beim original wenn man die lang genug einkocht das habe ich jetzt nicht getan deswegen ist die ein bisschen flüssiger aber das will ich dir jetzt hier nicht nachteilig anhängen weil ich hätte sie ja länger einkochen können die big mac soße passt von der konsistenz überhaupt nicht aber geschmacklich kommt die echt nah ans original ran also wirklich sehr nah und ich würde sogar sagen ich finde sie persönlich leckerer als das original und das vor allem aus zwei punkten erstens sie ist nicht ganz so sauer wie das original und zweitens sie ist nicht so stark senflastig der senf ist da der ist präsent aber nicht so lastig sondern man hat das gefühl einer ausgewogeneren soße wir schauen gleich mal wie das mit dem burger ist oh man die sweet chili soße ist gar nichts die hat mit einer sweet chili soße gar nichts zu tun ich finde tatsächlich die vom mcdonald's die sweet chili soße sehr lecker ich esse sie total selten aber ich finde sie sehr lecker und die nachmache die schmeckt nach aprikose und für sich aber nicht nach einer sweet chili soße das würde ich euch auch als normale soße nicht unbedingt empfehlen muss ich ehrlich sagen außer ihr wollt es wirklich extrem fruchtig aber man schmeckt halt für sich und aprikose komplett präsent daraus ist gar nichts geworden auf dem burger schauen wir aber gleich mal also jonas probiert jetzt hinter der kamera ich für euch vor der kamera das ist jetzt der original mcgrip ich würde jetzt gerne sagen so wie man es kennt aber ganz ehrlich das letzte mal ich den gegessen habe war ich vielleicht neun jahre alt und deswegen schmeckt so wie die soße die ich eben probiert habe mit ein bisschen fleisch dazwischen schweinefleisch und einem soften brötchen mehr auch nicht ich hoffe ich tue damit jetzt keinem unrecht aber ich weiß nicht warum der so geliebt ist muss ich ehrlich sagen probieren wir mal die nachgemachte soße jetzt mit der nachgemachten soße alles andere ist gleich mal schauen wie schmeckt das ist auch in kombi nix da kann ich schon eher den anderen verstehen also diese barbecue soße ist wirklich auf diesen burger angepasst vielleicht ist das das geheimnis dieses burgers warum den viele so toll finden mit dieser barbecue soße auch wenn das als barbecue soße eine leckere soße ist schmeckt der burger gar nicht also ich werde es aufessen damit wir es nicht wegschmeißen aber schmecken tut es nicht wirklich gut machen wir mit unserem big mac weiter gut dann big mac auf euch das ist jetzt wirklich wieder genauso wie man es kennt und manche eben auch lieben aber jetzt wo ich die soße einzeln probiert habe fällt sie mir doch markant auf als äußerst sauer aber mal schauen wie das mit der selbst gemachten soße ist rein optisch muss ich sagen sehen diese beiden soßen auf dem burger und der burger an sich dann wirklich identisch aus mal schauen wie es mit dem geschmack ist also ganz ehrlich muss noch einen zweiten bis nehmen zur verifikation ja doch ich muss ehrlich sagen ist besser es ist für mich für meinen geschmack besser als das original die säure ist da aber passt viel besser sie ist dezenter und alles andere richtig lecker schmeckt richtig gut last but not least der chicken burger das original von mcdonald's also hier muss ich sagen echt lecker ist von der soße auf jeden fall mein favorit und jetzt schauen wir mal die nachgemachte selbstgemachte soße und vergleichen die damit das geht gar nicht ne passt überhaupt nicht zusammen das hat gar nichts mit der soße zu tun überhaupt nichts mit dem burger zu tun es schmeckt nicht ich habe es kaum runterschlucken können ich will es auch nicht aufessen ganz ehrlich das ding ja wenn es kein anderer will kommen weg ich esse noch den original burger auf der ist deutlich besser also was lernen wir daraus niemals tik tokern vertrauen das hat sich jetzt schon mehrfach ergeben dass die rezepte überhaupt nicht so lecker sind oder die ergebnisse wie die das in diesen kurz videos dann nachher behaupten ich meine das gibt es auf youtube auch aber deshalb könnt ihr ja mieten great abonnieren hier werden wir dann aufklären was wirklich schmeckt und was vielleicht doch lieber nicht nachgemacht werden sollte ich gebe mich dafür zur verfügung das eine war wirklich gar nichts die big mac soße absolute empfehlung also tik tokker können auch was richtig machen und die mac rib soße die war gut aber hatte mit mit dem mac rib gar nichts zu tun ist glaube ich auch als burger barbecue soße nicht so geeignet aber generell als fruchtige barbecue soße könnte man die mal nachmachen das video war an dieser stelle lang genug wenn euch dieses video hier wieder gefallen hat gerne einen daumen nach oben damit unterstützt die einen youtuber grundsätzlich abo dalassen falls ihr es noch nicht getan habt auch das super wichtig für uns youtuber und schreibt mir netten kommentar ich freue mich nämlich immer wenn ich mich mit euch austauschen kann und wenn ihr noch mehr austausch wollt kommt zu facebook in unsere facebook gruppe auf instagram könnt ihr auch was hinter den kulissen sehen wenn ihr lust habt alles in der video beschreibung verlinkt und falls ihr den kanal darüber hinaus noch supporten wollt dann schaut mal in die links in der video beschreibung dort verlinke ich euch immer das beste grillzubehör zum besten preis leistungsverhältnis in diesem sinne sage ich bis zum nächsten video ciao